Musik Wir sind eine Gruppe junger Erwachsener aus der Dentsch-Gemeinde hier in Düsseldorf und wir haben das Projekt Hoflicht auf die Beine gestellt. Musik Unsere Motivation hierbei ist es, etwas Gutes für die Stadt zu tun und auch unsere Nachbarschaft ein bisschen besser kennenlernen zu können. Musik Wir wollen Filme mit guter Botschaft zeigen, die auch zum Nachdenken anregen sollen. Bis dazu noch leckere Cocktails, gute Snacks. Es ist eine tolle Gemeinschaft und ein schönes Ambiente. Wir freuen uns, wenn du vorbeikommst und auch dabei bist. Musik Wir freuen uns, wenn du vorbeikommst, Vielen Dank.